Hey, was geht ab ihr Lieben? Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Happy Wheels. Wup wup! So, mal schauen. Beim letzten Mal haben wir ja dieses Happy Concert, oder wie das hieß, gespielt, wo man so ein bisschen Stage Diving machen musste. Und wir haben das am Ende sogar geschafft. Kann ich jetzt mal gucken? Oh, dann kommt jetzt Limbo. Das ist auch ein sehr schönes Spiel. Ähm, ja, das könnte ich vielleicht auch mal let's playen, aber ich weiß nicht. Mal gucken. So, erstmal schauen wir, wie Limbo hier bei Happy Wheels funktioniert. Es sieht auf jeden Fall schon so aus wie das normale Limbo. Hui! Oh. Ja, das war schon schlecht. Da sind wir einmal in den Graben gefallen. Naja, das passiert schon mal. Okay. Wenn ich jetzt hüpfe, das war zu spät. Okay. Naja, ich mein, bei Limbo stirbt man ja auch ganz häufig. Und wenn man am Anfang nach links geht... Oh. Da gibt's ein Achievement, aber hier natürlich nicht. Wie soll man das denn machen, verdammt? Fängt ja schon gut an hier. So. Also wenn ich jetzt hier langsam runterfahre, dann kann ich jetzt hüpfen. Ja, sehr gut. Auch schön. Ah, das ist das Limbo-Männchen. Hier immer der kleine Junge. Oh. Oh. Oh oh. Kann ich da jetzt lang? Okay. Nix passiert. Ah, einmal diese Spinnen. Oh. Vorsicht. Okay. Und jetzt in die Dunkelheit. D-, 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 Hey there. Thanks for playing my level. I spent two weeks on it and worked really hard. I really do hope you enjoy it. It's the rate what you think it deserves. Ja, schönes Level. Irgendwie gibt es hier aber jetzt kein... Du hast gewonnen, Bildschirm. Naja, okay. Ja, war ein schönes Level. Hat mir gefallen. War jetzt ein bisschen kurz, aber es kam auf jeden Fall an den Limbo Charm. Charm. An den Limbo Charm heran. So, Infiltration. Und wir können uns wieder einen Charakter aussuchen. Ach ja, ich... Ich kann mich ja nie entscheiden. Wenn ich es nehmen soll. Ach komm, hier die. Falls euch wundert, was das hier im Hintergrund ist. Das ist so ein Ballon, der dem langsam die Luft ausgeht. Und nun ja. Er fällt ein bisschen runter. The fate of mankind rests in our hands. Oha. Na, ob das die richtige Wahl ist? Wo geht es denn hier lang? Hui! Hui! Ich wollte gerade sagen, Arme brauchst du ja nicht. Aber deinen Kopf brauchst du schon noch. Ist das denn die richtige Richtung? Oder ich meine, ich kann auch hier unten langfahren. Mal gucken, was hier so passiert. Hui! Äh, was? Hab ich... Konnte ich nicht lesen. Okay. Ich glaube aber, ich möchte auch nochmal da oben lang gehen. Ich find's cool, wenn's mehrere Möglichkeiten gibt zum Ziel. Eins, zwei... Ah! Okay, ich weiß nicht. Vielleicht doch hier runter? Ähm... Ich hab ein bisschen Angst. Wobei, noch ist ja eigentlich nichts passiert. Ich bin hier einfach nur... Oh, hallo, Opa! Komm ich da oben lang? Nee. Ah, jetzt hat sie auch noch ihr Baguette verloren. So, hier. Geht das irgendwie nach oben? Nee. Oder? Nee, da drunter sind... Oh, oh. So, Dinger, wie's aussieht. Und jetzt? Was muss ich tun? Muss ich jetzt hier wieder raus? Ah, nicht umfallen. Oh, oh. Da liegst du, glaube ich, ganz schlecht. Hm? Aber ich konnte mich nicht mehr bewegen. Okay. So, rette die Welt! Na los! Bon. So. Einmal nochmal mit dem Aufzug hier nach unten. Tschüss. Kann man denn hier irgendwas? Nee. Wenn ich hier lang gehe... Wupsi! Da hab ich jetzt meine Einkommen weggeschmissen. Na, komm schon. Fall in das Loch. Und dann machst du ein Barrel Roll! So sieht's aus. Okay. Autsch. Was war das denn? Hui! Ach, die Cola-Flasche läuft aus. Nein, 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 nein! Ach! Okay, mal gucken, ob ich irgendwie... Ach, so rum geht's? Na ja, gut dann. Immer auf den Kopf, ne? Das ist furchtbar. Okay, ich gehe nochmal den anderen Weg gerade. Just for fun. Siehs. Kann man eigentlich auch noch hier unten? Guck mal, hier gibt's auch noch einen Weg. Guck mal, hier gibt's auch noch einen Weg. Aber... Aber... Cushion Unit. Ja, hier landet man weich. Das ist schön. Ach so, hier ist die dritte Route. Der Underground. Oh! Ah! Autschi! Okay, aber das finde ich ganz cool. Da gehe ich vielleicht nochmal lang. Ja, das macht Spaß. Wenn hier so ein Level drei verschiedene Wege hat. Boom. Und man jetzt einen nicht schafft, dann versucht man halt mal den anderen. So. Weich gelandet. Jetzt, ähm... Ich weiß nicht so genau, was du da jetzt machst. Für eine komische Pose, aber... Ah! Na toll, jetzt ist mein Ding auseinandergefallen. Ich lebe zwar noch. Hui! Da, komm. Komm. Willst... Kannst du noch irgendwie da rein? Dass du... Dich... Nein? Okay. Ach Mensch, das muss doch gehen. Vielleicht... Vielleicht hätte ich besser den Opa genommen. Mit seinem Düsenantrieb. Ähm... Kann man ja immer schön irgendwo durchrasen, ne? Hui! So, dein Baguette hängt wieder noch da so zwischen deinen Beinen. Apropos Baguette. Jetzt ist ja gerade Europa... Äh... Meisterschaft. Im Fußball in Frankreich. Und guckt, dass jemand... Ah! Scheiße. Ich dachte, das kriege ich noch hin. Ach, Mensch. Okay. Ich versuche jetzt noch einmal den... 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 Den Weg, den ich als erstes gegangen bin. Ha! So! Wer braucht schon Arme? Also, einen hast du ja noch. Ach, da ist dein Baguette. Guck mal. Rooftop. So. Keine Ahnung, was hier passiert. Oh, oh. Oh, oh. Ähm... Dankeschön. Ach du, Jiminy. Hier muss man vorsichtig fahren. So. Alles klar. Kein Problem. Nichts passiert. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Dieser Weg scheint bisher noch der beste zu sein. Nein, ich war zu langsamer. Verdammt. Okay, aber den kriege ich hin. Den kriege ich hin und dann... ...habe ich wenigstens etwas geschafft. Hui! Ja. Ein paar Glassplitter und... ...so im Nacken und... ...überhaupt... ...vielleicht nicht so angenehm, aber hey, du lebst noch. Gute Frau. Ah. So. Der Arm ist natürlich wieder ab, aber hey. Es gibt Schlimmeres. Ja. Solange du noch am Leben bist. So. Hier draufbleiben. Ah, aber jetzt ist das so schnell. Schneller! Ah. Yeah. Wie soll man das denn schaffen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ähm. Okay. Vielleicht geht es doch mit dem Opa einfacher. Wahrscheinlich alles geht mit Opa einfacher. Opa! To the rescue! So. Ja, eigentlich wollte ich eben über die Europa-Weltmeisterschaft... ...Eupa-Weltmeisterschaft. Das macht auch voll Sinn. Über die Europa-Meisterschaft reden, denn heute Abend spielt ja Deutschland. Aber, ähm, naja. Keine Ahnung, ob das irgendwer guckt. Und ob das so spektakulär ist. Nee, 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 nee. Dong. So, hier kommt Opa. Mit dem wird das jetzt vielleicht etwas besser. Wer weiß. Vielleicht versage ich aber auch total. Hui! Do a barrel roll. Oh, schneller! Weil jetzt muss ich ja erstmal hier runter und dann da hoch und dann... Ach, Mensch. Was ist, wenn ich den anderen Weg versuche? Ach, okay. Ich dachte, ich schaffe wenigstens einen. Ja. Okay, Opa. Hier an die Mose. Oh, 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 oh. Bonken. Ja. Dann. Oh Gott, ey, das sieht so aus, als würde sich das Genick brechen, aber tut das doch nicht. Ach, guck mal, das ist... Also, das ist besser, wenn die so in der Welle runtergehen. Dann ist das einfacher zu schaffen. Mann, ich komm irgendwie überhaupt nicht voran. Das wird jetzt eine Folge nur dieses Level. Ich seh's schon kommen. Ach, ach, nein. Ah, Mist. Aber hey, ich bin schon mal bis nach da... Ist nach da rausgefallen. Ach, Mensch. Jetzt aber. Hm? Ich muss vorher studieren, wie die Dinger, äh... In welchem Rhythmus die... ... nach unten gehen und dann kann ich es schaffen. Nicht wahr, Opa? Jawohl! Jawohl! Hihihi. Okay. Stopp. Stopp. So. Dödödödödöd. Das war jetzt, glaube ich, gerade der beste Zeitpunkt eigentlich. Also jetzt. Ah! Mann, die sind irgendwie viel zu schnell. Wieso... Meehihi. Okay. Dann halt nochmal den Weg hier. Do a barrel roll. Das sah echt nicht gut aus, als würde der gleich sich das Genick brechen. So, Route 1. Front Door. Bong. Ach, da kann ich ja noch nicht lang bleiben. Allerdings weiß ich nicht genau, was ich hier jetzt zu tun habe. Oh, guck mal. Doppelgänger. Ich weiß auch nicht, ob ich da oben irgendwie rein kann. Okay, so. So, ich kann jetzt einmal hier drüber fahren. Irgendwie Evil Opa greift an. Aber was muss ich tun, um ihn aufzuhalten? Muss ich ihn irgendwie angreifen? Okay, warte mal. Ah, nein! Mist. Okay. Geh nochmal hier drauf. So, und jetzt... Mann, immer fällst du um. Kannst du mal stehen bleiben, bitte? So, aber jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich lebe noch. Hä? Ich verstehe das nicht so ganz. Och, Mensch. Keine Aas. Ein Weg. Muss doch jetzt gehen. Ich probiere nur den hier. Hui! Ja, das war voll gut. Aber ich lebe noch. Jetzt war keine Beine mehr, aber ich lebe noch. Jetzt lebe ich nicht mehr. Och, Mensch. Okay. Noch einmal den Weg. Nein, nein, nein. Nicht den. Der war doof. Da verstehe ich das nicht. Wenn ich das nicht verstehe, dann kann ich das sowieso nicht schaffen. So, ich glaube, das war ganz gut. Ah, vielleicht doch nicht so rasend durch die Tür. Das ist gut. Alles noch dran. So. Wuh! Ja, okay, okay. Ah. Okay. Bis hierhin ist ja noch alles schön gut. Und auch das hier ist noch alles schön gut. Aber jetzt. Ich weiß nicht, ob man irgendwie vor dem Ding runterfallen muss. Jetzt war das ja schon wieder weg. Äh. Ob ich irgendwie schneller sein kann? Och, Mensch. Ist das schön, mir beim Fählen zuzuschauen. Och, Mensch. Geh weg, du Glassplitter. Ui. Ratatatatatatata. So. Der letzte Versuch. Wahrscheinlich ist ja danach noch nicht Ende. Okay, also wenn ich jetzt... Aha. Oh, ich bin sch... Halt an! Halt doch an! Oh, jetzt! Okay. We are right above the main reactor. Leave your vehicle. Ach nee, warte mal. Moment. Och, was machst du denn? Kann ich da jetzt runterfallen? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, ob ich hier so gut liege. Jetzt, jetzt hab ich... Ähm... Komm, fall da runter! Ja, 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 komm. Fast! Komm, bis hin! Ja! Hui! Und jetzt? Und jetzt? Na, komm. Äh. Kannst du nicht irgendwie in die andere Richtung? Hey, aber dass ich's beim letzten Versuch noch so weit geschafft habe, ist echt erstaunlich. Ja, 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 ja. Das ist gut. Äh, so. Äh, fast! Ja! Rutschpartie geht weiter. Hui! Äh! Nicht auf den Kopf fallen. Yeah! Ich hab's geschafft! Wuhu! Ja! Dann, äh, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn's wieder heißt Happy Wheels! Bis denn? Macht es gut! Tschüss!